was kann der typ eigentlich was ich kann ist auf mich alleine seine eigenen leute töten das kann er wie wäre es wenn wir getrennt suchen das ist erfolgreicher ich gehe in die richtung hier ich gehe in die richtung wenn ich jetzt so ich in dieselbe richtung wie hier dann bin ich glücklich dann suchen wir ein swamp biome erst im standard regel wenn du reiten musst mach f5 an warum sieht geiler aus geiler aus und es ist leichter ganz leicht ich sehe noch nichts als nur bei mir laden das nervt mich beim pferdereiten ewig das lädt einfach so krass ich mach auf zehn chunks runter sollte das flüssiger laufen und kurz auf dem klo aber nicht die bombe droppen lassen woher komme ich sag sich ich gehe jetzt zurück mit einem geilen pferdchen nämlich brot ich muss sagen mit den schrägern sieht die welt so arsch geil aus ich reite jetzt einmal durch die durch die wüste ähm nico du hast gesagt du sie hast mich gesehen äh ja schon schon weg schon vorbei achso also nils nochmal hip hop ne er ist ja gleich nicht da achso stimmt er ist pissen ne ja ist doch wieder da also nils hip hop ne was hip hop voll gay alter boah alter wie schlecht du gerade versuchst das thema wieder aufzugreifen alter ernsthaft ich bin ohne pferd viel schneller nein aber keine ahnung hip hop ist halt naja gay es ist nicht gay moment es ist hip hop ist sehr vielseitig alter mach keinen stress man nein nein drago ach hast du ihn gefunden die müssen da irgendwo zu ziehen hast du ihn gefunden die müssen alex was hast du die beiden gefunden was boah alter nein irgendwie die müssen äh beide gruppen müssen da im wald glaube ich rumhocken glaube ich aber auch irgendwann suchen wir die und dann slaynen wir mal alle nieder und dann können wir lachen pff plan to do wo der hanf blühend mein ganz ehrlich kiffen ist unnötig voll für die geilen und ich reite jetzt ein pferd noch aus meins meins bist du schon wieder zu hause nein ich bin immer noch nach swarms ich hab so knapp meins irgendwie zu sichern ohne dass es abhaut wie ist eure position grad so ich bin bei 1500 irgendwas da ist ein mega geiler berg alter da ist ein tempel den will ich jetzt gleich klären aber das problem ist wo mein pferd sichern nico ist nämlich objekt sexuell nico ist nämlich objekt sexuell alter pappi der berg ist mega geil da hat sogar eine kleine schwebende insel obendrüber den hattest du den hattest du und hier sind übrigens noch andere pferde weiß und schwarz ich hab grad einen geilen berg gefunden mann kaum will ich warm gehen wird's nachts ich glaube ich glaube ich nehme ein neues pferd boah alter wie lahm das ist so lahm mit dem pferd ernsthaft hier wird grad echt ob ich einfach sagte pferd ey leck mir die eier ich warte bis er eins ausbrütet und dann nehme ich das ey ernsthaft komm pferd eleger doch ich bin mit meinem pferd sicher in einem haus scheiß pferd alter puh ich muss sich jetzt die shade ausmachen alter peppy weil mit den shadern ist nachts eklaft das ist mega geil oh mein gott wie mit shader ohne shader was denkt ihr wie ist der unterschied mit shader läuft äh leicht lecky peppy das ist mega porno welche position bist du gerade ähm ich bin jetzt Moment äh 1750 minus 220 ja gut dann bist du da bald äh bist du endlich da wo ich bin ich bin bei 1700 und 450 äh hm 600 blöcke entfernt ja wenn du jetzt ähm mehr richtung berge läufst dann bin ich da gleich da also wie gesagt ich bin jetzt hier an einer ganz schönen stelle an einem tempel alter der noch nicht gecleared wurde der noch nicht gecleared wurde der noch nicht gecleared wurde was ich schön finde äh ich hab da schon glaube ich 3 gecleared das hab ich letztes bei letztens bei hab ich bei der letzten season immer gemacht ich hab jetzt noch einen äh da den ich clear so ich lau mal grad aus vielleicht finde ich ein Dörfchen oh heißt ich hab jetzt Wolle das ist mir scheiße gehabt meine Ausdauer dran leidet aber ey pferd ey geht gar nicht klar hier sind weiße pferde hier sind weiße pferde wir haben den stack knochen weil ich von den ähm weil ich von den pyramiden die ganze zeit die knochen mitgegangen habe ah genau so war das okay also das ist die geilste hülle ever glaube ich die geilste ähm pyramide ever soll ich euch sagen wieso man geht den tunnel runter was ist daneben schlucht null ja gut und wie ist die schlucht so besetzt äh ja die ist sehr hoch der war jetzt aber ganz schön tief der witz ich weiß wie tief geht die denn grob ungefähr grob ungefähr ja die geht noch ich wär fast auf die Druckplatte gekommen ich glaub wenn ähm um neun ZWEI DIAMANTEN Tempel 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 hab ein Tempel gefunden ähm um neun glaub ich neun rum geh ich glaub ich ähm ein Ding suchen ähm im NEVER eine neue Festung wie willst du das denn ich mein ich hab jetzt schon wieder zwei Diamantpferderüstungen geholt dann haben wir für uns alle Diamantpferderüstungen habt ihr mir eigentlich auch ein Pferd gebracht ja 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 das reite ich ja die ganze Zeit du reitest mein Pferd? äh ja aber mein Pferd ist nämlich schon bei äh Nico im Haus ich hab's schon gesehen und jetzt suche ich halt äh Slime Bälle damit wir sie auch anbinden können oder Kühe und so weiter ohne äh dieses blöde Essen mitschleppen können so also verrottetes Fleisch bis zum geht nicht mehr pfff nicht so mega porno ja 3 Smaragde das hat schon was ich hab zwei Diamanten das ist schön boah alter die Weizenfarm hier oben wird so toll aussehen ich sag's euch freu den Keks zusammen mach ich schon im Kakao wohnen und kannst ja auch einen Keks machen yay eins frag ich mich ja schon immer weißt du untertempeln ist doch oft normalerweise Chinti? das auch ähm äh ne Schlucht oder ne Höhle Alex hat grad die T-Bombe gedroppt T-Bomb Alex T-Bomb na gut Peppy welche Position bist du grad so? oh äh 2100 minus 355 ich sammle grad ein bisschen Wolle ein um Raumgestaltung zu betreiben weil pff schafe töten ist ja was für Annoobs wo ist mein Pferd denn? ach da ist mein Pferd sag mal hat irgendwie jemand die Monster ausgeschaltet? ne ne weil bei mir sind Creep ich hab schon vorhin weil ich lauf hier grad die ganze Zeit rum und es ist nicht eigentlich ein Monster ich war vorhin übrigens Endermanfarm kurz ne und hab zwei Enderperlen gekriegt ich chill jetzt grad im Untergrund alter aber die Tatsache dass wir drei rumlaufen und Chunks loaden also zumindest ich und Niko äh ich bin zurzeit stationär also das heißt Niko und ich bitte aber bei mir sind Monster also somit muss ich hier grad nicht äh muss über Leben kämpfen ey der Esel immer zuletzt das heißt Niko und ich bitte ja macht das ganze hier nicht besser irgendwie leckt das schon ein bisschen hart ich dachte grad ich hätte ne neue Spezies gefunden da war ein Enderman der direkt zwei Enderman die direkten ne alter komm ich kill die jetzt ja ich hab hier inzwischen auch Enderman ja es hängt Hardcore oh ich hab ein grüne Graslandschaft könnt ihr mal bitte aufhören Chunks zu loaden Meile ich muss jetzt aufpassen Lauf Easypost Meat Whether available to do dopes Pferd боль Aaa, wir können auch rennen Näh ne ne Näh ne neh Näha Näh 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 Zwei Enderman tot, kein Pferde ...Schade O necesit Boah, ich finds heftig das Pferd läuft 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 bleib stehen Welche Position bist du noch mal? Läuft, bleib stehen. Ah. Alter, die Legs. Weil ich bin bei 2.100, äh, 2.200, 800. Oh, 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 gefährlich. Ich begeg mir auch so gerade auf dem Weg nach Hause. 2.500, äh, minus 500. Ach so, minus 500, okay. Ja gut, dann laufen wir jetzt nicht mehr in der Nähe rum. Ja, ich suche jetzt mal mal weiter ein Dorf, ne? Ist aber mega weit weg. Dorf? Wir suchen Swarm. Ach so, dann suche ich das auch. Ja, ich laufe eh geradeaus. Was soll ich denn suchen? Ich bitte dich. Entweder ich finde was oder ich finde nix. Boah, das ist voll die Akazienlandschaft, die wir in dem Seat haben, ne? Ach, Wüste, Akazien, überall. Hey Alex, wenn du nochmal auf Tour gehen willst, kannst du ein Boot, äh, mach dir mal drei Boote oder so und fahr mal einfach so aufs Meer raus. Hier ist nur Wüste und Akazien. Das ist der letzte Dreck. Ja, egal. Shit happens. Ich meine, es gibt ja noch so einen schönen, äh, so eine Biome wie zum Beispiel jetzt diese Eissäulen, die im Himmel ragen oder so. Ja, das habe ich auch noch nicht gefunden. Aber nein, wir kriegen zweimal hintereinander so einen Scheiß. Ja, mal Pech, Kapra. Mach mal Glück, mach mal Pech, mach mal Gangi. Alter, aber mir hängt es gerade megamäßig. Vielleicht komm Grafik so voran. Ach, Luich. Weg mit der, ey. Ich glaube, ich mach das jetzt echt. Ich, äh, ich hau mir jetzt ein wenig Holz ab und fahr aufs Meer raus. Und dein Pferd? Ich habe mein Pferd schon längst weg gemacht, ey. Es hat so krass geleckt. Ich habe mir gesagt, ich fütter zwei von eurem Pferden und daraus mache ich mir oder mein Pferd. Alex, ich leih mir ein bisschen Kabel. Ich gebe mir die auch wieder zurück. Ich gebe, äh, in Form von Holz. Weil, wenn wieder Tag ist, gehe ich Holz fahr. Na gut, Holz ist gut, Holz ist gut. Weil ich baue jetzt oben so einen kleinen Aussichtszurm. Aha. Dann helfe ich dir dabei gleich, weil ich bin jetzt gleich wieder daheim. Warte. Immer muss man Flüsse überqueren. Ja, und sowas hat mich auch angeguckt. Alex, du weißt, dass ich pingelig bei sowas bin, gell? Pimmelig. Ich war's. Pingelig. Pimmelig. Bei Wassen. Beim Bauen. Pimmelig. Also hier sind so extrem viele Kühe. Ich will mal was versuchen. Ah, da sind Pferde. So, ich schwimme mal aufs Meer raus. Adolf H. HLP. Ich bin jetzt bei 2300, 1300. Wer ist eigentlich Skepter? Kalle. Ich bin seltsam. Okay, hier sind genug Kühe, die wir uns holen können. Die ganze Kühe, die ich nicht schlachte. Wow. Äh. Äh. Warte, warte, warte. Kann es eigentlich sein, dass, solange man auf dem Pferd sitzt, man nicht hungert? Äh. Äh, bei mir hat gerade ein, äh, ein Chunk, äh, Lack gehabt. Ich war gerade im, im Nichts. Äh, äh, ja, das kann nämlich sein. Weil wenn du, äh, äh, Laufen oder so zum Beispiel zieht kein Hunger. Weil du halt, äh, dein Pferd die Laufarbeit macht. Ja, trotzdem müsstest du doch Hunger empfinden. Das ist ja trotzdem nur ein bisschen unlogisch. Naja, es wird dir Hunger abzogen, je nach den Aktionen, dass du, äh, die du machst. Und, äh, Laufen ist zum Beispiel eine Aktion. Oder was abbauen. Oder, also, äh, das Item schieben. Man kann aber auch von seinem Pferd was abbauen. Das meine ich. Wow, die Zombie. Ja, das weiß ich gerade nicht, wie sich das verhält. Scheiße, die Zeugen Jehovas stehen vor meiner Tür. Warte, ich komm und drückte dich. Boah, hat ein Scheiß, ey, weißt du, das Nervleiste ist aber so krass. Ich bin so fast am, am Ufer. Steig aus. Nein, nein, Boot kaputt, Boot kaputt. Was? Boot kaputt, oder was? Nee, ähm. Ja, ich steig aus, dann bin ich wieder 100 Blöcke weiter weg. Nein, 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 nein. Oh, gut, nur einen nebenverloren, mein Pferd. Bin gerade nicht über einen Kaktus geritten. Über eine Kaktusse. Also hier habe ich jetzt, soll ich was von, äh, haben wir Birken? Haben wir Birken und, ähm, Eichen? Könnten wir anpflanzen, gleich haben wir aber noch. Haben wir Birken und Eichen? Weil dann bringe ich welche mit. Und ich habe, ich habe Eichen und Schwarzeichen, glaube ich hier. Also Oakwood haben wir. Und, äh, Dark Oakwood? Auch. Sicher. Ja, was habe ich denn schon in mein Haus verbaut? Hast du das jetzt eigentlich mal angeguckt? Ist das, ist das schwarze Oakwood? Ja, das schwarze. Ah, okay. Das ist doch, äh, Fichte. Nee, du hast Fichte. Ach, wie jetzt, es gibt noch ein dunkles. Es gibt auch ein schwarzes Oakwood.